Klimawandel Das Klima der Erde blieb nie gleich, sondern unterlag immer einem ständigen Wandel. Unter dem Begriff Klimawandel versteht man eine messbare Veränderung des Klimas, welche durch verschiedene Faktoren ausgelöst wird. Doch in den letzten 150 Jahren, seit der Industrialisierung, wurde es immer extremer und es wird noch extremer werden. Schuld daran sind vor allem die Treibhausgase, wie das CO2, das zum Beispiel durch Fabriken oder Autos in die Erdatmosphäre gelangt, oder das CH4, das zum Beispiel von Kühen ausgestoßen wird. Diese Treibhausgase legen sich wie ein Mantel um die Erde und lassen die Sonnenstrahlen hinein, aber nicht wieder raus. Dabei erhitzt sich die Erde. Es handelt sich dabei um die globale Erwärmung. Das CO2 wird von den Bäumen zwar in Sauerstoff umgewandelt, doch der Mensch hützt immer mehr Bäume ab, wodurch immer weniger CO2 umgewandelt werden kann. Folgen des drastischen Klimawandels sind Naturkatastrophen wie Waldbrände, Überschwemmungen, starke Stürme, der Anstieg des Meeresspiegels und langanhaltende Dürren. Diese Folgen bekommen wir Menschen durch stark zerstörte Städte, Wasserknappheit und schlechten Ernten, wodurch Hungersnöte ausbrechen, zu spüren. Dabei sind vor allem die ärmeren Länder betroffen. Dies können wir verringern, indem wir Strom sparen, weniger Müll produzieren und weniger fliegen.